Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Planets. Ja, ich habe keine Lags mehr. Ja, du auch noch. Finde ich schön, dass du... Hä, warum nehmen wir jetzt auf? Wir nehmen jetzt auf. Also, wir können auch nicht aufnehmen. Aber ich dachte, wir nehmen jetzt auf, oder? Äh, es hieß, wir nehmen nicht mehr auf. Aber egal, dann nehmen wir halt jetzt einfach nur eine Runde auf. Okay, warum hieß es, dass wir nicht mehr aufnehmen? Hä, weil wir es so abgesprochen hatten eigentlich, dass die letzte Folge jetzt die letzte war, weil wir noch zwei brauchten, um safe zu sein. Ah. Ja, genau, da machen wir jetzt noch eine dritte, Leute. Hallo. Was machst denn du jetzt da hinten bei dir? Nix, genau, krasses. Ja. Warum? Aber so. Hä, du kriegst einen Tesseract in dein Haus gestellt. Für Energie. Ja, dann irgendwann. Ja, eigentlich schon. Aber das dauert das nicht lang. Das ist deswegen... Ja, ja, dann viel Spaß beim später wieder abbauen von den Dingern. Das dauert übelst lang. Ja, Alter, dann... Ja, aber so lange wie der Tesseract hier braucht... Der kommt ja nie... Ich hab einen Tesseract. Ja, du hast einen, das bringt mir aber nicht viel. Hä, ich meine, ich kann dir den geben. Also... Lol. Hier, ich hab mir dir fett in dein Haus gestellt. So. Du hast einen Tesseract. Okay. Lol. Baut sich erst mal so eine Mini-Anlage. Ja, ich wollte Strom für meinen Furnace. Und dann hab ich mir gedacht, okay... Ja, du kannst den Tesseract auch einfach umstellen. Dann hol ich mir jetzt aber mal Strom für meinen Furnace. Du kannst ja auch mal nebendran stellen, das geht schon eigentlich. Kann ich das... Nein, kann ich nicht. Alter, wie ich es hasse. Was denn? Dass ich... Immer noch drei Blöcke nebendran dann abbauen du. Ja, 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 okay. Ähm... Beachtet das ja nicht. Also doch, eigentlich könnt ihr das schon beachten. Ist mir eigentlich egal, ob ihr das beachtet oder nicht. Ähm... Was ich überlege... Eigentlich wollte ich grad anfangen. Noch einen zweiten Tesseract zu machen, aber... Ich bin jetzt ganz ehrlich einfach zu faul dafür. Läuft. Ich hab jetzt keine Lust drauf. Alter, könnt ihr sogar noch welche haben? Ich bin jetzt auf der Suche nach schwarzen Rosen. Die brauch ich, um schwarzen Farbstoff herzustellen. Und mit diesem schwarzen Farbstoff oder was auch immer das ist, was man damit herstellen kann, mach ich Blöcke. Und die brauch ich für mein Haus. Okay. Ich hab ganze vier Blumen gefunden. Ähm, ich bin jetzt sogar OP, also ich hab mich... Oh, man kriegt das sogar. Hier irgendwo... Nein! Ja, hier... Server OP... Auf jeden Fall Pulverizer. Ne, das bin nicht ich. Das Jonas... Äh, Pilzin, meine ich. Habe ich mich vor allem OP'd, aber... Achso, wegen Pulverisierer? Meinst du nicht? Ja, das ist das Ding, hab ich das auch zu sehen gesagt. Um so ein paar mal die Welt zu... ...saben, aber da haben wir was braucht. So. Oder was auch immer. Das tun das jetzt nicht. Ich hab grad überlegt, ob ich dich jetzt aus Spaß einfach wieder DOP'e. Ja, ist mir egal. Ich hab den Server an meiner Seite. Den Server an meiner Seite. Ich weiß. Aber du brauchst fünf Stunden, bis er lädt. Das stimmt. Danke, Telekom an dieser Stelle. Die Grüße gehen raus. Grüße gehen richtig hart raus. Na, vielen Dank, Mann. Na ja, sie gehen wahrscheinlich nicht raus, weil... Telekom lädt ja nicht. Ähm, ja, die werden das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, weil die haben selbst mit ihrem Problem da. Das hat's grad, dass es super bei denen das Internet lädt. Nicht Spaß. Also bei Telekom zu arbeiten... Boah, diese Autos schon bei der Rüstung, die fackt schon dezent ab manchmal, ne? Ja, da muss man ganz schön viel zu tun haben, bei Telekom. Ja, Alter, wenn ich das halt auch falsch schreibe, dann kann ja gar nichts rauskommen. Das geht mir sau oft so, dass ich irgendwie irgendwelche Sachen nicht richtig schreibe und deswegen die ich so nicht finde oder so. Ey, es wird schon wieder dunkel! Mann, es wird so schnell dunkel, es ist... es stresst, Mann. Ich muss die ganze Zeit schlafen gehen. Habe ich nicht. Ich hab jetzt keine 23 von denen. 23 von was? Oh, ist ja egal. Copper-G, aber das ist ja egal. So. Ja, egal. Brauchen wir bestimmt irgendwann mal wieder. Was fehlt mir? 2 Whetstone... 2 Whetstone... 2 Whetstone... ...und ein Gold. So, ich hoffe jetzt einfach, dass wir noch ein bisschen was in meiner Ehe haben. Sonst wäre das jetzt echt dumm. Die Tür ist offen, naja gut, du hast es zugemacht. Jetzt nicht mehr. So, ich gehe schon mal ins Bett. Kommst du auch? Alter, ich konnte mir ganze 5 Blöcke Kraft an, ich fühle mich geehrt. Immerhin. Nix immerhin, das ist ein Rotz, das ist scheiße. Mal ganz kurz, ich muss ganz kurz gucken, ob ich die Aufnahme vorhin gespeichert habe. Weil, so wie es aussieht, habe ich die noch nicht gespeichert. Schau mal, da kann ich jetzt noch den hier oder einem solchen Green Force machen, Leute. Alles klar, man. Warum geht da nicht ganz normales Glas einfach? Weil du da so richtig hässliches Glas brauchst. Ist halt echt so. Ich glaube, das haben wir eh nicht. Das hasse ich bei den meisten Rezepten einfach. Also doch, stimmt, das haben wir nicht. Das ist ja richtig. Behinderte. Elektrum haben wir sogar auch, oder? Du Sachen brauchst. Ja, Elektrum und so habe ich alles gecrafted gehabt. Ähm, wir haben nur eins. Ja, wir haben nur... Ja, wir haben halt nur eins davon. Ähm. Ja, dann nix alles. Das ist eigentlich egal. Ja. Warum gehe ich jetzt schon wieder raus? Ja, was schreibe ich jetzt gerade für ne Scheiße? Black. Black Lotus? Ne, das ist es nicht. Ja, das ist ein bisschen Blatt. Ah, das geht ganz schnell. Ja doch, aber... Och, Mann. Toll. Was war das jetzt? Ich hab mal wieder versucht, da zu craften und sofort hast du mir jetzt... Ja, vermasselt wieder. So, das... Das war mein ungefähr letzter Versuch zu craften. Ja, ich war halt da im Ding drin und hab Sachen nachgesucht. Ja, ja, ist schon okay, dass du mich von 20 mal abgebrochen hast, wo ich jetzt 20 mal versucht habe in... Äh, was ist das? Ja, ist schon okay. Ist mir schon klar, dass ich nicht gewünscht bin hier, Mami. Ich wollte meins rauslegen und dann hab ich halt deins rausgelegt, weil das dann auf einmal da drin war. Das war deine Schuld, nicht meine. Das hab ich jetzt nicht gemacht. Alter, Findus, das... Das craftest du wieder. Ah ja, okay. Das sind schwarze Flumen. Flumen. Nee, da brauchen wir einfach noch... Alter, wir haben einfach kein Eisen mehr, Jonas. Ja, dann schmelzt welches durch. Also, ne, stimmt. Stimmt, ich hab ja damals Eisenblöcke gemacht. So. Jetzt haben wir wieder, ähm... 9 Stacks Eisen erstmal, falls wir nochmal mehr brauchen, kann ich wieder 9 Stacks holen. Ja, ja, aber erstmal rumheulen, gell? Ja, immerhin hab ich hier tonnenweise Eisen geschmilzt, gell? Ja, und ich hab die Gravy aufgebaut, damit das, ähm... Na? Ja, ich auch, ne? Ja, aber ich hab die, ähm, Tetherakte gemacht, damit alles direkt in unsere Ame kommt. Ja, und ich hab die Cables gemacht, die wir da vorgebracht haben, ne? Ja, aber ich hab alles andere gemacht, ne? Ja, wir verdient... Alles klar. Wir verdient die... Ich hab alles gemacht! LOL, hier ist... LOL! Also, ich hab alles gemacht. LOL, ich hab hier ne Festung gefunden, also, so ne, so ne Mini-Festung. Ich hab Eis gefunden, ich hab ganze 5 Eisen gefunden, die nehm ich für dich mit, okay, in dem Dungeon hier. Danke, weil ich auch 5 Eisen brauche, man. Wir haben noch 20 Sex. Hey, du hast gesagt, du brauchst Eis. Nein, wir haben noch 20 Sex. Hä, ne, 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 jetzt kommen wir nicht so. Du hast gesagt, du brauchst Eisen, du bekommst jetzt 5 Eisen. Ich hab, äh, Oral-Furry-Bushes noch 2 Stück gefunden, grad zufällig. 3 sogar. Stimmt, da kann ich mir nur ein paar von denen gönnen da drin. Ja, die gönne ich mir nämlich immer. Ja, ich brauch halt grad, ähm, XP so momentan. Ja, ich auch. Ich bin jetzt schon bei 3, ich bin jetzt schon bei, ähm, sag ich dir nicht. Ah ja, du hast bestimmt schon was genaues, wofür du es brauchst. Ja. Ja. Ja, ne, die Rüstung werd ich gar nicht verzaubern, weil ich brauch momentan ein richtigeres. Ah ja. Das, klar wäre? Alles. Das bleibt nicht. Alles. Puh, es ist viel. Alles ist sehr viel, ja. Ja. Ähm, viele unterschätzen sogar, wie viel alles ist, obwohl es so viel ist. Ja. Ben, du weißt ja, wie man, äh, Blood Magic macht, ne? Ja. Oko. Und zwar will ich am Schluss jede Rüstung, wie es gibt, in so einer Lagerhalle drin haben. Also auch die Blood Magic Rüstung. Achso. Und es dauert ja auch überhaupt nicht irgendwie 20 Stunden oder so, um das zu machen. Ja, ist egal. Wir haben Zeit. Danke. Ich hab keine anderen Hobbys, ne, ne. Hä? Ich muss auch die Industrial Craft Rüstung zweimal craften. Weißt du, wie lang die dauert, bis die fertig ist? Ja, die brauchen wir ja auch. Die sind richtig wichtig zu machen. Ja, also. Ja, die wollen wir ja auch haben. Aber die Blood Magic, die brauchen wir dann nicht mehr, oder? Doch, die brauchen wir. Äh, obwohl vielleicht die ist halt, ähm, die macht einen halt unsterblich. Aber kann man halt nicht fliegen. Ist halt schon wieder so. Ist doch egal, kann man mit der Industrial Craft auch nicht. Achso, dann können wir nicht mehr fliegen irgendwann. Ne. Ahja, gut, dann. Also können wir uns den Angel Ring craften dann schon. Ähm, ist der teuer? Hm, ja. Okay, dann. Die können wir uns jetzt schon machen. Eigentlich. Zwei Stück davon. Das Problem ist es riskant, den zu machen. Warum das? Ich weiß nur, das Ritual dafür nicht. Das ist das Problem. Brauchst du so ein komisches Ritual für das? Ähm, das müsste ich nochmal durchlesen. Das weiß ich nämlich nicht auswendig. Ähm, das kann man nämlich auch mit Blood Magic machen. So mit Fliegen, dass man fliegen kann. Achso, na, dann guck. Also das könnte man theoretisch auch mit Blood Magic machen, falls du das sagst. Das ist das cool. Ja, nehmen müssen wir nicht unbedingt. Also wenn du willst, können wir das gerne tun. Dann müssen wir nämlich den Angel Ring nicht machen, weil der ist schon hart OP eigentlich. Dafür, dass er so nicht so teuer ist, wie er sein sollte. Weil ich bin jetzt schon die ganze Folge am Blumenpflücken, bin ein wahres Blumenmädchen. Ich komme jetzt wieder zurück. Du bist ein wahres Blumenmädchen, okay? Du baust also das Innere von deinem Haus, während du noch nicht fertig bist überhaupt mit deinem Haus. Finde ich gut für ihn. Schon krass, oder? Ja. Also, krass. So krass bin und nicht mal ich. Ja, das war mir aber klar. Ich bin ja generell eigentlich krasser als du im Haus. Oh, wow. Das war jetzt... Das war jetzt krass, oder? Das werde ich dir niemals verzeihen. Das ist nicht schlimm. Ich dir schon. Danke dafür. So, gleich. Ich leg dir das 5 Eisen in die... Ich hab dir die 5 Eisen in das ME gelegt, okay. Die ganzen krassen 5 Eisen. Halt's Maul. Ey, ich fühl mich dezent verarscht grad. Warum? Weil das schon mehr drin lag, oder wie? Ich fliege jetzt hier mal ganz kurz ab... ...herum, weil ich was nachgucken muss. So, bin wieder da. So, jetzt kann ich das nämlich hier abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Ähm, ich wollt grad schauen, wie gut ich das machen soll. Ich bin da nicht ganz sicher, aber ich denke, so kann ich das machen. Soll ich hier wieder das gleiche als nehmen eigentlich schon? Ähm... ähm die Decke wird eh anders aussehen also Decke wird neu sein Mal schauen was für ein Decke Neu? Neu Ich wollte grad was sagen das mir auch gefallen ach fuck das ist ne Aufnahme und die das kann ich ja gar nicht sagen Ding neu weißt du Ok Ja ne äh also ihr Achso Ich weiß was du sagen wolltest Ja das wär jetzt nicht schlimmes gewesen aber halt das das darf ich jetzt halt trotzdem ne Aufnahme nicht sagen Also das war jetzt nichts beleidigendes oder so Nein nein alles gut Alles chillig War so mehr oder weniger ein kleiner Insider Überlassen wir's einfach dabei Also eigentlich war's kein Insider Doch Ben es war's Einfach jetzt nicht Das war eigentlich dein Name Ja ja Und das kann ich sagen weil das nichts verhält Aber das hat nen Namen mit dem Insider zu tun Ja aber das war auch so ein kleiner Insider mit dabei Inclusive ja Ja genau Integriert Integriert man Integriert 1 2 3 3 3 3 3 3 7 Ok hab ich richtig gemacht Wann ist mal mit Spaß Ja danke dass ich jetzt noch so einen So einen dreckigen Dirtblock mitgenommen habe Einen dreckigen Dirtblock Einen dreckigen Dirtblock Ja das macht Ja das macht ja gar keinen Sinn weil das ein dreckiger Dreckblock ist Aber egal Ja Dirt und Dreck ist das Mehr oder weniger als das selber zum Teil Ja das hab ich ja grad gesagt was dein Dreckiger Dirtblock wär Also dass dein dreckiger Dreckblock wär Das hab ich ja grad gesagt jetzt Aber schnell Checker Wenn du dies so wollen tust Falls ihr euch fragt warum ich was jetzt so rede Es ist einfach nur Um ihn richtig hart abzufacken Ach schön dass du das weißt Find ich toll Hätte ich jetzt Pfeile gehabt hätte ich da so einen Richtig schönen Schuss verpasst Ich hatte aber keine Pfeile Ja Das ist ja immer sehr gut Haha ja Ist es das Hä? Hört sich bei der höchst interessant an Ja weil Hä? Ich überleg sogar ob ich Ich müsste hier andere Obleck haben Aber die hab ich halt einfach nicht Wird man Ich fühl mich grad leicht verarmt Ja aber ich fühl mich jetzt Hä? So hä? Also das ganze mal Ich fühl mich auch lezent gemacht Ähm Hä? Was? Hä? So erstmal wir machen mal wieder normalen Kann man die denn zusammen craften? Nein Hä? Alter So 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 Komplett verarschen So So Marvel Mal Das ist ja Finde ihr jetzt richtig Spawnen Das ihr zum Glück auch nicht leckt machen wir das ganze jetzt einfach noch mal neu ich habe das gefühl das ist aber genau der block den du auch hast das jetzt schlimm eigentlich nicht eine durch ich habe viele blöcke weil ich bin ein mensch mit vielen blöcken und deshalb benutze ich diese auch frag einfach nicht was ich gesagt habe ich habe extra nichts dazu gesagt so es ist ein hässlicher skorpion mann stirbt mag einfach auch nicht was jetzt gerade hier für hässliche blöcke blöcke oder auf jeden fall blocks industrial blocks auf jeden fall es ist voll viel creeper man das denn los am grundstück auch sterbt sterbt blocks wir sind schon richtig krass dabei nein jetzt habe ich wirklich meine hecke abgebaut das ist ganz schön ich glaubte gar nicht in deinem haus ist auch ein creeper ich weiß da war schon vorhin einer und dann in der mich dann getötet ich gut dass du das ich über würde ja ich bin die größe alles klar die größe ich finde ich scheiße aus ähm als ich so kleine roboter diese hässlichen roboter haben wir ausgesprengt Und jetzt haben sie sich selbst getötet, weil sie dumm sind. Sieht schon komisch aus. Naja, ich ändere das vielleicht bei Bedarf. Ich hab hier auch eine Idee, was ich für Blöcke nehmen kann. Dann kann ich das noch keine ändern. Hab ich mich tötet. Halt hier die ganzen Viecher! Greif mich an. Aber ich bin einfach viel krasser wie die. Hat sich sehr interessant bei dir an. Ich weiß nicht. Hä? Warte, Mann. Cool ist es, vor meinem Haus so ein fettes Loch. Egal. Mach jetzt einfach, als würde mich das nicht jucken. Du kleiner... Das war jetzt aber bei dir, oder? Ich hab's im Glück nicht ausgesprochen. Alter, diese hässlichen Creeper, Mann. Ich hasse sie. Weil der war beim Essenstisch. Deswegen dachte ich, ja komm der, der kommt schon nicht. Ich provoziere jetzt einfach nicht. Ich hab bestimmt kommt der nicht. Ja, ja, der... Ja, der war zu weit weg eigentlich. Ja, alle... Oh, zum Glück leckt's nicht. Ich sag dazu nichts, Mann. Schön, dass du alles kaputt machst, ne? Schön, dass du alles kaputt machst, ne? Schön, dass du alles kaputt machst, ne? Ja, schön, schön. Alter, meine hässlichen... Mops. Ähm... Wait, nehm ich eigentlich jetzt noch auf? Ich leh noch auf, oder? Ja. Ah ja, okay. Ähm, das... Ich war mir grad nicht sicher, ob du noch auf... Ja, ich bin mir sicher, dass ich überziehe. Ähm, ich hoffe, ich hab dir die Folge heute gefallen. Fast ja, dann lasst doch bitte ne positive Bewertung da. Ist ja irgendwie... ...verschissen. Ja, Leute. Wir sehen uns dann. Falls ihr gesehen habt, was ich die ganze Zeit gemacht hab. Um Finn so ein bisschen abzufacken. Dann, ähm... Lasst doch einfach mal die Prosi bleiben, klar. Wie jetzt er so rumguckt. Was? Du Knecht! Ja. War verdient, würde ich sagen. Ah, jetzt brauche ich wieder fünf Stunden, bis ich joinen kann, Mann. Ja, verdient. Ja, ähm... Dann lass den positive Bewertung da. Ja, fünf Stunden sag ich nur. Wir sehen uns dann morgen wieder in einer neuen Folge Meisterschaft Planets. Ähm, bis dahin... Los, greif ihn an! Was macht die? Ist sie dumm?! Du hast es nicht ernsthaft mit... ...deiner hässlichen Portal diesen Creeper zu mir geholt, Mann. Ne, der Creeper nicht, aber alle anderen Feature, die da waren. Oh, du Neger. Alter, gewinn! What?! Eyes of the low bist. Nein, bin ich nicht, aber full eyes. Ja, eben. Aber ich will nicht, dass meine Rüstung kaputt geht. Alter! Alter! Er verfolgt mich! Alter! Er verfolgt mich! Alter! Einfach immer noch! Alter, du kleiner Knecht! Du Opfer! Ich bin schneller wie du! Ach, Mann, Mann, Mann! Ja, tschüss jetzt, Alter! Also, den Creeper hab ich echt nicht rübergenommen. Mann, ist die... Achtung, da kommt wieder Creeper! Achtung! Hau einfach ab, komm mal im Hauch! Achtung! 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 Achtung!